Naja, ab durchs nächste Portal. Ja, ja, ja. Wo muss ich raus? Egal. Das ist egal, wo ich raus muss. Oh, es ist nachts. Psst, alle ganz ruhig, sonst wecken wir vielleicht noch jemanden. N. Der See von Parikaka. Oh, Wasser. Ja, hier ist der Checkpoint. Zum Tempel von Parikaka. Zur Hülle von Manko Kapak. Ah. Ob das beabsichtigt ist, dass ich da hochklettern kann? Ich weiß es gar nicht. Ich meine, die haben es für die Version. Achso, die haben keine Hitbox, also. Aber hier kann man auch noch. Slime Ball. Okay. Doch, man kann mit dem Wasser hoch. Mhm. Ist das Sand oder Schnee? Das ist Schnee. Darf ich Schnee kaputt schlagen? Glaube nicht. Du, du, du. Ich glaube, ich muss da lang. Also, man merkt schon, dass es noch ein bisschen weiter geht. Wenn jetzt noch die Hölle von Mankomak oder so kommt. Ach Gott. So, sind durchs Wasser geschwommen. Das dauert ja sonst Ewigkeiten. Irgendwas kaputt gegangen. No, ich weiß aber nicht was. Okay, da benutze ich auch mal Supp. Äh, so. Ach, huppala. Äh. Hab mich lieb. Okay, da ist ne Kiste. Schmerz. Hab den Slime Ball. Z... Sub. Arrg. Na komm, jetzt. Ach, komm. Wo muss ich denn lang? Ist oben lang ne gute Idee? Da hast du mindestens ne Holzbaute. Ach, geh ich oben lang. Was kann da aber hier schon schief gehen? Ich kann hier nur tausende Meter in die Tiefe fallen. Skilljump. Schaff ich nicht. Hätte ich da verkackt? Ich... Ne. Ich wär zurück in den Glaskasten gekommen. Ah, so viel. Nein. Nein. Nein, das mach ich ganz garantiert nicht mit. Jetzt ruckel doch nicht, bitte. Jetzt ruckel doch nicht, bitte. Doch, schon. Ach, wieder ein Boot. Damit hab ich immer wieder tolle Erfahrungen. Ja. Tut... 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 Na komm schon... Hm. Ah. Ah. Dude. Nyeeeau. Iiiiit. Äh. Wie kann man gleich nochmal verlassen? Au, 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 au. Farsch mich doch nicht. Ja, ich bin geflogen, aber sonst wäre ich gestorben und darauf habe ich keine Lust. Was? Du lässt mich da nicht runterfallen. Ist das ein normales Closedone oder Closedone-Lampen? Ich weiß es nicht. Ha. Nochmal ein Boot. Au. Ui. Da ist er nicht tödlich. Au. Au. Verarsch mich doch nicht. Das hast du schon oft genug getan. Blödes Boot. Ich mag dich nicht mehr. Okay. Wirf mich in dieses Loch. Ich werde versuchen, die Tür zu öffnen. Again. Wie oft ich dich jetzt schon werfen musste. Tut das nicht langsam weh, Bob? Der Bormeister. Oh. Okay. Sorry, aber ich habe keinen Bock, in der Lava zu sterben. Besonders, wenn ich den Jump'n'Run-Patter nochmal machen muss. Pumpkin Mines. Wiii. Gut, Creative Modus sieht aus. Wo ist jetzt... U-Bahn-Station. Die Hölle von Mankukapak sind wir gerade. Und das nächste wäre dann das Monument von Inti. Inti. Schöner Name. Die Hölle von... Naja, habe ich schon erwähnt. Äh... Schilder können gut platziert sein. Äh, du brauchst Adler-Augen. Norden, Westen... Äh... Osten, Süden. Äh... Mach sieben Schritte nach Norden und drei Schritte nach... Osten, um einen Sandblock zu finden. Die Goldene Plattform ist dein Startpunkt. Äh... Achso. Wie viele Schritte? Sieben Schritte nach... Also, erst mal eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, Westen, fünf, sie... Ist hier. Okay, ich bin jetzt... Äh... Sieben Schritte nach Westen und zwei Schritte nach... Süden, um den nächsten Sandblock zu finden. Sieben Schritte nach Westen. Zwei nach... Nie ohne Seife waschen. Also, da ist Westen. Sieben nach Westen. Zwei nach Süden. Eins, zwei... Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, ein... Oh, äh, hier, natürlich. Zwölf Schritte nach... Äh, 13? 13 nach Osten und einen nach Norden. Osten. Eins. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Hier müsste das sein. Achta, acht Schritte nach Norden und drei... Acht Schritte nach Westen. Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht... Ja. Hä? Habe ich was falsch gemacht? So, ich bin hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht... Ich habe was falsch gemacht. Warten wir jetzt auf die... Auf die konventionelle Art. Also nochmal. Darf 9... Ich glaube, ich habe... Äh... East and West vertauscht. East... Nie ohne Seife waschen. Doch. Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht... Eins, zwei... Drei, vier, fünf... Sieben... Wüsste ich's doch, dass da der Button war. Haha! Rätsel gelöst oder so. Eher schlecht als recht, aber auch egal. Was mit... Bob? Oder habe ich den jetzt einfach nur irgendwo vergessen? Nein! Böse! Wuhu! So. 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 Gleich nochmal. Au. Wieso kommt keine Musik mehr? So. 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 Ich fange an zu lispeln. Hopp. 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 Nein! Ich war dran. La la la. Bockplatte. Was? Ah! Jake! Ich falle! Bob. Ah, da ist Musik. Jack! Äh, Bob! Ich rette dich! Ah, was für Identität... Identitätsprobleme ich doch hab! Ha! Ha! Hab dich auch, lieb! Treppe! Bin ich Jack oder Bob? Äh, du bist Jack! Der Kü... Der Küb ist das Bob! Ja! Der Baum von Atagyu. Gui. 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 Hübsch. Fekta? So sieht ein Baum aus, wenn du jetzt das grad guckst. Also, so halb... Mäßig. So zur Info. Ich werde dich dann auch extra hier auf diesen Part hinweisen, wenn ich dran denke. Doch, kack doch drauf vom Score. Boah. Hello! Willkommen in meine kleinen Kabine. Ich weiß, es ist ein bisschen... Klein, aber... Wen kümmert's? Mein Name ist Moosbob. So, mal gesagt. Du musst Jack sein. Jeder redet da über dich. Du bist hier, um unsere... ...Dorf zu retten. Deutsch nicht, Sprache mein. Du kannst meine letzte Perle nehmen. Es ist in meinem... ...Ofen. Nimm sie. Äh... Ja, ja. Äh... Ja, ja, bla, blub. Lass mir irgendwie... ...nicht... ...irgendwas... Ach, lass mich nicht... ...dich nicht zwingen oder so an will. Viel Glück auf deiner Reise. Hö. So klein ist es nicht. Also, wenn ich hier noch... ...an Rechner will... ...wird's mich verarschen. Ach, du darfst beide haben. Ne, du darfst nicht beide haben? Was? Ach, lass mich nicht beide. So war das. Ich kann übrigens auch nicht Englisch übersetzen. So, zur Info. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wo muss ich denn hin? 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 Ah! Nein! Nein! Ich brille jetzt immer Nein, wenn ich was nicht schaffe. Nein! Da guckt man sogar in die Zukunft gebrüllt. Hui, Schmerz. Verdammt. Ah, na okay, ich gehe nochmal den Weg. Zufrieden? Ich mag die Stimme. Ich mag sie aber nicht. Wer bist du? Ich bin du. Ne, jetzt ehrlich. Ja doch, wir sind eine Person. Habe ich gespaltene Persönlichkeiten? Ja. Oh, hier hoch. Ich mag dich aber nicht. Na okay, ich suche mir noch eine andere Stimme. Keine Sorge. Danke. Ja, ja, sowas passiert, wenn man einfach nur stupider im Weg folgt. Danke.